Hi zusammen und willkommen zum neuen Tutorial. Heute geht es um OpenOffice Zeilenabstand, also wir wollen zum Beispiel unsere Zeilenabstand hier ein bisschen verringern oder vergrößern. Also Momentan, das ist ganz normal. Wir haben einen ganz normalen Zeilenabstand und wollen ein bisschen hier ändern. Also wir markieren erstmal den Text und wir wollen zum Beispiel mit der rechten Taste hier drücken und dann gehen wir auf Zahlenabstand und momentan ist es auf Anfang, wie Sie gesehen haben. Momentan wollen wir einfach ändern, indem wir sagen, wir wollen zum Beispiel 1,5 Zeile einfach haben. Dann drücken wir einfach drauf und sofort merken Sie einfach, der Abstand hat sich einfach geändert, ist einfach größer geworden und wenn Sie zum Beispiel nochmal verkleinern wollen, dann sollten Sie entweder auf Bearbeiten gehen und einfach rückgängig machen und sofort wird einfach sein, wie es auch hier war. Und wenn Sie nochmal noch nicht zufrieden sind, dann haben Sie auch die Möglichkeit nochmal auf zwei Zeilenabstand einfach zu ändern. Also das sind zwei Zeilenabstand gibt ich zu Ihnen an diese Text und von daher freue ich mich einfach, dieses Video mit euch geteilt zu haben.